Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich möchte euch heute den Landkreis Eichstätt etwas näher bringen mit einer kleinen Rundfahrt und ein paar hübschen Aufnahmen. Vielleicht gefällt es euch ja. Es wäre lieb von euch, wenn ihr den Abo-Button unterhalb des Videos einfach mal drauf klickt. Für euch ist es ein Klick, für uns ist es eine kleine Eroberung und ich freue mich auch darüber. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Schaut euch die Gegend an, vielleicht habt ihr ja irgendwann einmal vor, hier Urlaub zu machen. Also, viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 tschau Tschau Tschau